Stefan Wilhaber, fünf Minuten vor deiner Milchsuppe, deinem neuen Musical, wie ist es zu diesem gekommen? Ja, es ist so, dass man natürlich gerne auf Schulschluss mit der Klasse etwas macht, eine Aufführung und so. Und ich suche dann einmal irgendein Stück und wenn ich nicht gerade etwas Passendes finde, dann mache ich einmal gleich selber etwas. Und die Schüler machen mit, ja? Selbstverständlich, die sind hochmotiviert, weil sie genau wissen, das ist eine Art für sie, wie ein Zückerchen. Also das gibt es nicht gratis, das haben sie sich auch ein bisschen erarbeiten müssen. Das hast du gesagt, gell? Also sind es nicht unbedingt, dass sie gerade, dass Sängerinnen und Sänger waren, alle? Also hast du die Sünfte? Wir müssen arbeiten mit, ne? Ja, wir sind eigentlich, rein vom Gesanglichen her, haben wir das ganze Jahr eigentlich immer sehr intensiv gearbeitet. Nicht jetzt direkt auf dieses Stück, aber einfach so eine Stimmbildung, Ton zu finden und so weiter und so fort. Also das sind einfach die gesanglichen Fähigkeiten, die sie entwickeln konnten. Eine Schelle von Liedern, wie können sie jetzt singen? In der Nacht, auf dem Klo oder wo? Nein, nicht auf dem Klo. Jedes Stück hat ja eine Stimmung, eine Thematik und dann arbeitet man eigentlich an dem, man weiss, was man eigentlich ausdrücken möchte und sucht dann eigentlich eine entsprechende Stimmung dazu hin. Und dann sitzt man am Klavier, an der Gitarre und sucht das auch. Man kült die Schüler raus, gell? Jetzt geht es los. Also, wo lange kannst du es nicht mehr halten, ha? Nein, die sind jetzt sehr gespannt und bereit. Ich hoffe, dass ihre Nervosität nicht zu gross ist. Aber wir haben es soweit gut geübt und das sind Klampen, ja man hofft. Das Stück sollte dann einmal verleiht werden, oder? Das könnte man dann irgendwann bei dir abstellen. Ich probiere es einfach, einem Verlag anzubieten und ich habe das auch schon gemacht. Ja, mal schauen, ob die das wieder nötet. Also, herzlich willkommen hier im alten Kino. Ich freue mich, dass viele Leute begrüssen heute Abend zu unserer Aufführung. Es ist ja so, am Ende eines Schuljahres macht man ja gerne in der Schule noch eine Aufführung und wir machen sogar nur eine Aufführung heute Abend. Ich könnte jetzt über dieses Schuljahr ein bisschen erzählen, aber eigentlich erzähle es Stück ein bisschen in unserem Schuljahr auch. Und es handelt ein bisschen von früher, es handelt ein bisschen von heute. Ich glaube, eher mehr von heute als von früher. Aber so, das Spiel zwischen früher und heute, das greifen wir vor allem gerade auch im ersten Lied auf. Und das soll ich auch ins Motto von der Milchsuppe einführen. Bitt sich nicht mehr an, dass alle aus der Geschichte nochmal ganz genau wissen, was ist jetzt das schon da gewesen. Die Milchsuppe steht vor allem für eine Metapher, eine Metapher von Konflikt und unkonventioneller Versöhnung. Wenn das gefällt, sind wir froh, wenn wir am Schluss noch Kollekten überfinden, beim Eingang. Da draussen, das Team vom alten Kino ist eigentlich parat und das wäre schön, wenn man das nutzt. Die Bar ist dann immer noch offen und dann könnte man noch ein bisschen sprechen miteinander. Das würde ich mal schätzen. Ja, ähm. Sie sind nervös, muss ich sagen. Eine Geschichte ist eine Geschichte und eine Geschichte von einer Geschichte gibt wiederum eine Geschichte. Hört gut zu, weil jetzt erzählen wir unsere Geschichte. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Eine Geschichte ist eine Geschichte und eine Geschichte von einer Geschichte gibt wiederum eine Geschichte. Und eine Geschichte ist eine Geschichte. Und unsere Geschichte handelt, wo ganz mehr Alten bringt. Das sind eine Geschichte. Und eine Geschichte ist eine Geschichte. Ruheln für und ansteuert Wir sind Kämpfer Discoverer Wir sind einfach Und Vindermögen, Windermögen sind wir sehr wichtig und Ja Und Vindermögen, Windermögen ist ja alles noch schlecht und Ja Und Vindermögen, Windermögen Sige, wir sind die dumme Und Vindermögen, wir sind auch ohne Frau Wir werden uns sch säger mehr oder wir sind ohne nicht wichtig Wir werden uns nicht über Priorität Wir werden den Stadt und Verbrauch Der Schiff ist ein Schiff und ein Schiff Der Schiff ist ein Schiff und ein Schiff Vollschicht gibt wieder unmechschicht, und rüstig schicht gehalten, wo ganz verhalten bringt. Und so ist es dann eben gekommen, dass der Streit zwischen diesen Parteien immer grösser geworden ist. Die katholischen Orte sind stur geblieben und die Reformierten wollten ihren Willen durchboxen. So sind die Zürcher Truppen dann gegen die Innerschweizer Kantone aufmarschiert. Mann, geht das mal an, so? Halt es jetzt nicht mehr aus! Was interessiert uns die Altblunder? Verschlau von dir ja gleich die Schuhbändchen! Wir kommen jetzt zum nächsten Bild. Eine sehr schöne Darstellung von Albert Anker. Was fällt euch auf? Es kann Männer machen ein Picknick. Sie haben Waffen dabei. Und die Leute tragen so komische Kleider. Ja, und wenn ihr die Kleider ein bisschen genauer anschaut und vergleichend, stellen ihr etwas fest. Die links auf dem Bild haben Blautöne und die rechts in Rot und Persch. Genau, das zeigt, dass es sich da um zwei verschiedene Kriegsparteien handelt, die zusammen friedlich aus dem gleichen Topf essen. Während die Führer der zwei Heer im Juni 1529 noch im Verhandeln waren, haben die Soldaten sich zusammengeschlossen und miteinander eine Suppe gemacht. Die Zürcher haben das Brot gebraucht und saugen die Milch. So ist die Kaffler-Milch-Suppe dann in die Geschichte eingegangen. So, würdet ihr jetzt bitte auch die Ehre nach hinten wieder zuhören. Es kommt unschesslich alles in der Prüfung vor. In Erinnerung an das Ereignis wird auch heute noch Kaffler-Milch-Suppe auftischt. Wenn ein Streit durch Verhandlungen gelöst werden kann, zum Beispiel beim Kulturgüter-Streit zwischen Zürich und St. Gallen, wo der Bundesrat wegen dem Globus vermittelt hat. Hat jemand gerade noch eine Frage? Ja, ich. Was haben denn so, ob du bei einer fetten Autopartie eigentlich so verdienst dabei hast? Einen kleinen Spassbobel, wie? So, Robin, jetzt, Landstrabel. Du und deine Kuppels kommen nachher noch zu mir. Verstanden? Sie scheinen die Klasse nicht so im Griff zu haben. Wir gehen jetzt aber gleich noch in den oberen Stock rauf. Dort ist Geschichte vom 17. bis zum 19. Jahrhundert dargestellt. Sehr interessant. Aber bitte nichts berühren. Nein, ehrlich du. Jetzt hat es mich. Es ist zuermutig, ja so nennt ich geschickt. Er zuermutig, das ist kein Unterricht. Was nützt uns der verstraften Plunde, das kann's doch nicht sein. Was soll da bitte aktuell dran sein? Ja, all die hellen Geschichten, die sind schon längst per se. Die interessiert niemand, die will heut niemand mehr. Denn die Welt ist digital und das ist, was wir zählt. Wir reden für Rasseleip, von App und Google ist nur die Welt. Es ist zuermutig, ja so nennt ich geschickt. Er zuermutig, das ist kein Unterricht. Was nützt uns der verstraften Plunde, das kann's doch nicht sein. Was soll da bitte aktuell dran sein? Es ist zuermutig, ja so nennt ich geschickt. Er zuermutig, das ist kein Unterricht. Was nützt uns der verstraften Plunde, das kann's doch nicht sein. Was soll da bitte aktuell dran sein? Wir sind das hier ganz anders, wir wüssten zwar nicht was. Was immer das ist hier, entscheidend ist der Spaß. Was, wenn wir da mit Storys hoch von längst vergangenen Zeit? Wir finden das nicht spannend, es betrifft uns ja auch nicht. Es ist zuermutig, ja so nennt ich geschickt. Er zuermutig, das ist kein Unterricht. Es ist zuermutig, ja so nennt ich geschickt. Er zuermutig, das ist kein Unterricht. Was nützt uns der verstraften Plunde, das kann's doch nicht sein. Was soll da bitte aktuell dran sein? Was soll da bitte? Kennst du ihn ja? Weisst du ja, wann es abläuft. So meine Herren, ich hätte das nicht von euch erwartet. Also Mirko, wenn ich daran denke, wie deine Note steht. Es ist immer das gleiche. Dann bringt er noch die Tötere ein Spiel. Dann musst du einfach nur ein bisschen betroffen reinschauen. Und ich brauche für die Schuld, ich habe eigentlich noch die Polisi. Pst, ich glaube, kommt. So meine Herren, ich hätte das nicht von euch erwartet. So ein Benehen. Und du Mirko, wenn ich daran denke, wie deine Note steht, kannst du dir das leisten. Was meinst du, was deine Mutter sagen würde, wenn ich ihr das um Ältergespräch wieder erzählen dürfe? Und auch ihr anderen, wenn soll das so weitergehen mit euch? Es ist immer das gleiche. Herr Fischbacher. Ja Gabriel, was hast du dazu zu sagen? Also, Herr Fischbacher, es tut uns ja leid. Uns allen. Wir bitten uns entschuldigen. Gut. In diesem Fall sehen wir von einer weiteren Strophe ab. Jetzt aber mal ehrlich, Herr Fischbacher. Der muss selbst führen. Es war aber ein stinklangweiliger. Wie er erzählt hat. Im Tonfall. Ja, er war jetzt vielleicht nicht gleich der grosse Pädagoge und Rhetoriker. Und wenn er hier stand? Wir haben es schon oft in der Klasse besprochen, dass wir Leute es nicht nach Äusserlichkeiten beurteilen. Und das offensichtlich gestern, um zu Nacht noch ein Brot zu essen. Das Problem ist ganz anders. Ihr erwartet nicht mehr noch, dass alles cool und lässig ist. Und sagt dann, ihr würdet schon lernen, wenn es auch spannend wäre, noch interessiert euch. Aber was interessiert euch denn? Chat und Instagram. Aber sobald etwas Arbeit gibt, ist es uncool. Ihr seid aber nicht mehr die Kleinen. Ihr würdet ja auch selber motivieren und etwas erreichen wollen. Intrinsische Motivation nennt man das. Es ist sehr einfach. Immer noch alles schlecht und langweilig zu machen. Aber etwas aufbauen, konstruktives machen, das wäre wohl etwas. Herr Fischbacher. Genau das möchten wir ja. Man könnte die Geschichte immer Rollenspiel lebendig machen. Dann könnte man sich viel besser daran denken können. Das Lernen fällt dir das leichter. Daraus könnte ein Theater entstehen. Wir werden am Schluss aufhören zu rechnen. Also gerne ein Musical. So, so gerne ein Musical. Warum auch nicht? Das wäre doch so etwas Kunst. Kunst. Das wäre doch Kunst! Ja genau, das wäre tatsächlich eine Kunst. Und ich hätte ja gerne mit euch etwas auf den Schulschluss gemacht. Aber das ganze Schuljahr war ja schon ein Theater. Wir haben den Schulschluss nicht durchgebracht und wir haben gar keine Zeit für das. Fischbacher. Gehen Sie uns doch eine Chance. Ihr habt eure Chance gehabt. Ganz viele. Das mal klappt. So wie immer. Bitte. So, gehen jetzt heiss, es wird jetzt Mittag noch alt. Hey, Herr Kollege, was ist mit dir los? Siehst du aus wie ein geschlagener Hund. Ja, ich bin gleich mit der Klasse im Museum gesehen. Oh ja, wenn du gerade von deiner Klasse redest. Hast du nächstes Mal Zeit? Wir sollten mit dir dringend reden. So geht es einfach nicht mehr. Disziplin ist am Boden. Du musst etwas unternehmen. Hey. Ich erreiche so Grundkompetenz in textilen Werken. Nie und nimmer. In einem Religionsunterricht ist es ganz gleich. Ich kann ja keinen Einfluss nehmen. Hey, Fischbacher. Das sind wieder die Dinge, die im Gang Sonnenmais gemacht haben. Und alles liegen lassen. Das ist im Fall nicht Sache vom Hausabart. Herr Fischbacher. Ah, gehört zu Verklauser. Was gibt's? Warum haben Sie heute meinen Bub so spät aus der Schule? Ich toleriere das im Fall nicht mehr. Ich kann ja natürlich nicht mehr in den Gründen aber denken. Es ist nicht lieber an den Glauben. Und ich sage mir, was soll ich hier machen? Sie ist ja doch nie recht. Jede glaubt, er wüsst es doch viel besser als ich. Mach's doch so, nein mach's doch anders, alle reden die. Doch wenn mal ein Rat trug, dann ist doch keiner zum Schell. Jede sieht von seinem Standpunkt aus, macht das, worin nützt. Jede sieht sein eigenes Vorteil nur, und er wird entschüttet. Säge mir, was soll ich da machen, ändern kannst du doch nüt. Vielleicht probierst du, merkst ganz schnell, dass du eh nur verläufst. Jede Tag ist neu im Morgen, langsam wirst du da. Ich frag mich, wie lang ich mir, das noch will, so an du. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Hey, hoi zusammen. Bye bye bye. Salut le Capon. Du, Franz Streber. Hast du den Haus gemacht? Was? Haben wir Hausaufgaben gehabt? Sicher und wettig. Ich war nach einer Stunde noch nicht fertig. Ich bin überall mit rausgekommen. Das Mami hatte keine Zeit. Der Fisch will sich einfach alleine reinbremsen. Ich habe es von den alten Blättern des Brüdern abgeschrieben. Die haben das nämlich vor drei Jahren auch mit Fisch gehabt. Wenn ihr wollt, könnt ihr bei mir schauen. Oh super, wir helfen dir dem Feuer in der Handball weiter. Wenn deine zwei Leute gerne mitkommen. Kann ich auch mit schauen? Schnell, legen sie mit rein. Rufen gleich. Was hat der Fischer gestern noch nach dem Museum gesehen? Hat er eine Strafe bekommen? Nein. Er wollte uns einfach ins Wissen reden. Und wenn ein schöner Hund ein Blick aufgesetzt ist, bringt es nicht, über das Herz zur Strafe zu geben. Ich glaube, er hat uns Sems für eben auch nicht so toll gefunden. Aber es war nicht fair von ihm, uns vorzuwerfen, dass wir für alles bequem sind. Wir sollten immer mal den Denkzettel verkassen. So, wir zeigen dir mal, was wir drauf haben. Kannst du mir schon etwas Konstruktives bestandbringen? Wie wollen wir denn das machen? Wir haben gestern Fisch gefasst. Wir haben vorgeschlagen, mit uns doch mal ein Theater zu machen, in dem wir beispielsweise etwas aus dem Geschehen nachspielen, statt theoretisch im Zimmer abzuhandeln. Wow, coole Idee. Wie? Was hat der Fisch denn gemeint? Er traut uns das nicht so, dass wir es ernst meinen. Wenn wir quasi sowieso für alles zu faul sagen. Mit anderer Klasse hat er das früher aber auch immer wieder öppet gemacht. Was brauchen wir den Fisch? Wir machen das doch selber. Das geht auch ohne ihn. Der soll nur noch staunen. Ich freue mich jetzt schon für seinen ungläubigen Blick. Aber das müssen wir ja alles neben der Schule machen. In der Freizeit quasi. Aber ich habe doch schon dreimal in der Woche Kunstdurltraining. Hey, wenn ihr das den Fisch noch recht überkommt. Und wir sowieso nichts stattbringen. Nein, ich weiss noch nicht genau wie und was. Also, dann sind wir uns aber einig, dass wir miteinander auf dem Schulschluss ein Theater machen. Oder wollen wir nicht mitmachen? Gut, dann ist das eine beschlossene Sache. Aber Top Secret. Kein Gott zu niemandem. Auch daheim mit. Es darf nichts durchsichern. Ist ja damit. ữa Wir sinday Ange-Lynnis. Jetzt ohne Keimnis Wir kennen Keimnis Er ist das Keimnis Voll nervös und ganz aufgeregt Gönn mir an der Wettung Unerfahren bis ohne Projekt Gemeinsam können wir schaffen Und den Weg auch zusammen gehen Zeigen, was so alles in uns steht Wir kennen Keimnis Ja, es lohnt ein Keimnis Wir kennen Keimnis Er ist das Keimnis Alle ziehen am gleichen Strick Und niemand schert aus Alle heben zusammen, halten dicht Unsere Ziel liegt klar vor uns Wir bringen's zum Abschluss Wir erachten, dass alles ins Rind tritt Wir kennen Keimnis Ja, es lohnt ein Keimnis Wir kennen Keimnis Er ist das Keimnis Wir kennen Keimnis, zu sagen nüt Wir kennen Keimnis, vor der Lüt Wir kennen Keimnis, von ihr mit Freis Wir kennen Keimnis, ja so heiß Wir kennen Keimnis Ja, Marcel Herzlichen Dank, dass du heute Zeit hast Für die Sitzung mit uns Ich habe hier eine Tandelliste zusammengestellt Wenn's gerecht ist, gehen wir gleich nach der Ja, ist schon gut Aber könnten wir schauen, was wir Zeit einhalten Ich habe nämlich nachher noch ein seltenes Gespräch Erstens Begrüssung Das hätten wir auch jetzt schon gemacht Ja, grüß, ich habe mir das schon morgen gesagt Zweitens Notosituation Linda, willst du gleich anfangen? Wenn ich die fertige Arbeit in der Handarbeit beurteilen muss Dann komme ich von Notos 4.9173 Das ja eigentlich ganz anständig wäre Aber wir beurteilen ja nicht einfach das entstandene Produkt So genau so ein Prozess und auch damit verbundenen Kompetenzen Wenn ich das nach dem offiziellen Kriterium erst beurteile Dann komme ich von Notos 2.3.7654 Grundet, wohl verstanden Du siehst, dass es für ein Panzer Kurz gesagt, im Unterricht las einfach nichts Es wird nicht zugelassen und es wird nicht das tun, was ich verlange Aber so, wie du sagst, sind ja die Arbeiten doch ganz in Ordnung Ja, weil ich so viel ausbessere muss Ich kann das nur einfach so auf die Ausstellung gelassen Warum auch nicht? Da hat die Geschenke es dann erzählt Aber wie kann ich vernünftige Noten machen? Was ist angemessen? Du bist letztendlich der Klassenlehrer Mach doch die Noten einfach so, wie es du für eine Richtigkeit hältst Wenn es da Schwierigkeiten gibt, können wir das nochmal aufgreifen und ansprechen Ja, aber die Noten sollte mit deinen einigermassen übereinstimmen Warum? Ist das nicht? Ich finde schon Sonst bin ich wieder die Böse Wir nehmen die Noten sowieso alle viel zuerst Wir Lehrer, Behörden und erstrechen die Älteren Aber die Kinder sehen es noch lockerer Aber da ist der Druck von Mami und Papi zu gross Das will ja schliesslich jedes Kind älteren gefallen Ja, aber das ist so wichtig, steht in der Oberstufe Darf ich es zwar niemandem laut sagen Aber ich brauche für die Zuteilung eine einzige Note Ich sehe, wie die Kinder arbeiten, wo sie Mühe haben und wo es klappt Was für sie möglich ist, sinnvoll und gut Ehrlich gesagt, Marcel, du hörst es nicht gerade viel Ich habe im Religionsunterricht gerade die genau gleichen Probleme Auch wenn ich keine Note schreiben muss Wahrscheinlich liegt das alles am nächsten Traktandum Punkt 3 Verhalten dir klassisch Es ist unerträglich, wie viel Störungen es im Unterricht gibt Dreireden, Umlaufen, Mobbing untereinander, Masse Du musst endlich etwas unternehmen Gut, das ist jetzt vielleicht nicht ganz einfach Einmal ist man manchmal auch einfach die Situation aushalten und Geduld haben Wie heisst es so schön, dass Klaus wachs nicht schneller haben wir da gezeugt Ich schlage vor, dass wir eine Meldung an die Schulleitung und an den Schulrat machen Und die haben dann ein Lösungsproblem Etwas muss doch da Gerade heute war wieder etwas im Busch Sie haben wieder heimlich Briefe zugeschoben Eins habe ich gerade verwünscht Streng geheim Heute alle um 17.30 Uhr beim Treffpunkt Hier läuft doch wieder etwas Und wir können morgen am Montag alles wieder ausbaden Was erwartet ihr eigentlich von mir? Dass ich jetzt eine Freizeit von meinen Schülern überwache Du Hörst mich, ich muss jetzt Ich habe noch älteren Gespräche Dann halt, trage dann um 4 und sprechen wir in diesem Fall die nächste Woche Ja gut, tschau, wir gehen jetzt Hast du das Gefühl? Er hat uns ernst genommen Er hat es mindestens gehört Und im Protokoll steht es auch noch Und das, das liest er die Schulleitung und den Schulrat Jetzt geht's um 30 November Das ist ein sehr schög rischio beat Wir erwarten weiss nicht was, war die Wunder völlig krass. Ja, wir schiessen übers Ziel, wir erwarten einfach zu viel. Pony, du bist fort, das seht ihr mir sofort. Ich spüre, wer was weht, seht ihr mir, du Femte blöd. Doch das Lauf hat nie das Ohr und das kann viel nicht verstehen. Wir wollen doch reden miteinander und brauchen uns durch und erinnert. Wir erwarten weiss nicht was, war die Wunder völlig krass. Ja, wir schiessen übers Ziel, wir erwarten einfach zu viel. Was auch in uns steht, ja niemand ist perfekt. Aber wir können doch, als wär das gerade so. Wir verstecken Schild und Schild, in der Selfie süsses Ziel. Damit ja niemand auf die Leben bunt, wir sehen viele doch nicht so bunt. Wir erwarten weiss nicht was, war die Wunder völlig krass. Ja, wir schiessen übers Ziel, wir erwarten einfach zu viel. Das sind wir schon komplett. Jemand fährt doch mal. Ah, dann lass uns den Mirko, wie immer der letzte. Aha. Jetzt sind wir alle. Gut, dann machen wir die Türe zu. Dann können wir endlich das Licht anzünden. Es ist wichtig, dass kein Licht noch raus dringt und uns verraten könnte. Denn sonst hänge ich heftiger. Ich habe ja hier den Schlüssel vom Schulhauskeller, von meinem Eltern Brötstibitz. Den haben ja hier die Kleinen von der Jugi leitet. Die Schlüssel gehen nicht nur für den Gerätraum, sondern neben auch hier für den Keller. Dann wollen wir ja gleich anfangen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ihr habt ja das dann genau gedacht. Ich stelle mir vor, dass wir uns zuerst in Gruppen aufteilen. Jede Gruppe kommt ihre Auftrag über Text, Bühnenbild, Technik, und so weiter. Ja, das ist ja gut und recht. Aber zuerst müssen wir doch wissen, was es denn gehen soll. Für mich ist klar. Es ist bei der Zeit vom Kaffeln ein Krieg genommen. Warum so etwas verraten Sie? Ich habe nicht genug vom Museumsbesuch. Ich möchte auch lieber etwas Lässiges. Etwas aus unserem Alltag. Genau, etwas, was uns betrifft. Das betrifft uns doch gut nach. Die Thematik von Konflikt und Versöhnung. Aber vergesse nicht, um was es hingeht. Wir wollen viel schlässlich etwas beweisen. Könnten wir doch auch zu einem anderen Thema. Es geht doch darum, genau das Geschichtsthema aufzubereiten. Entscheidend wird es Drehbord sein. Ich stelle mir etwas Modernes vor, das wir auch Lieder aus unserer Zeit mit einbauen könnten. Ein richtiges Musiker, also. Okay, ich bin einverstanden. Aber wer von uns schreibt denn den Text? Schreiben ist gerne meins. Aufsatz ist meine grösste Schwäche. Ideen kann ich schon, aber zu formulieren liegt mir auch nicht. Wer wäre denn überhaupt bereit zu schreiben? Hexenia, du bist doch eindeutig der Beste in Deutsch. Ich kann es schon vorstellen zu schreiben, aber alleine macht das nicht. Okay, dann helfe ich dir. Ich mache alle noch mit euch mit. Wenn ihr mich brauchen könnt. Sicher können wir das. Ich bin auch dabei. Gut, zu viel schaffen wir das. Wer kümmert sich bitte um die Musik? Nein, Nadali! Jemand soll Kostüme machen oder organisieren. Technik. Also, teilen wir es doch einfach mal auf und tragen Ideen zusammen. In einer halben Stunde präsentiert jede Gruppe ihre Resultate. Was ist denn da? Was soll das? Wie sind wir da reinkommen? Ich kann das erklären. Da bin ich ja gespannt. Wir planen da eine Überraschung. Ja, und die ist ja schon mal gelügt. Oder ein Frischmacher, wenn wir uns kein Schultheater machen wollen, machen wir immer selber eins. Wir möchten zeigen, dass wir nicht so fult und bequem sind, wie alle meinen. Das wäre wirklich auch mal etwas Neues. Sie müssen es glauben, wir meinen es ernst. Wir möchten bewiesen, dass mehr in uns steckt. Und den Schlüssel habe ich von meinem Eltern Brötstibitz, der ja hier die Kleinen von der Yugi leitet. So, so, und was mache ich jetzt mit euch? Bitte nicht verraten. Ja, bitte nicht. Schauen Sie, da haben wir schon die erste Textzeiten. Hm, also unerlaubt könnt ihr da nicht einfach eindringen. Aber ich mache euch einen Vorschlag. Xenia, du gibst sofort den Schlüssel deinem Bruder zurück. Und ab jetzt kommen ihr zu mir und ich öffne euch. Und am Schluss, wenn alles aufgeräumt ist, melden ihr mich und ich beschliessen wieder. Wenn das klappt, erfahrt niemand etwas von mir. Cool, ihr habt keinen Ort. Und falls ihr irgendwo noch Hilfe brauchen, komm, ihr gefälligst zu mir. Ist das klar? Ja. 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 Hello. Ist das ein Hit? Der ist noch so ein Toller! Bin ich noch zu früh? Ah, grösser Frau Klaus, jetzt Herr Fischbacher. Nehmen Sie bitte Platz. Im letzten LZ-Gespräch haben wir über die Schwierigkeiten von Mirko im Spruchbereich gelernt. Wir haben aufgrund dessen kurzfristig Nachhilfeunterricht für ihn organisiert. Die Noten sind aber nicht besser geworden. Nein, das ist ja so. Aber sie sind zumindest damit schlechter geworden. Ich werde dir als positiv, wenn die Leistung stabil bleibt. Finden Sie. Aber so schafft das Gemi nie. Die Frage ist, ob das Gemi überhaupt das Richtige für Mirko ist. Seine Arbeitsweise tut er in eine andere Richtung hin. Er ist jetzt ein Typ, der gerne auswendig lernt und das auch gerne macht. Er tut lieber ausprobieren und zu hantieren, statt auswendig zu lernen und zu studieren. Er ist sehr praktisch veranlagt. In Handarbeit und Werksunterricht geht er aber auch gar nicht gerne. Er kommt mit der Vergassenheit alle Kraft. Ja, ich habe davon Schwierigkeiten gehört. Es ist auch für die Kollegin nicht einfach. Das Problem ist, dass ich zu Hause mehr Zeit für ihn habe. Dass er auch wirklich lernt. Aber seit dem Training von meinem Mann muss ich wieder voll arbeiten. Und dann ist er viel alleine zu Hause und macht seine Sachen dann halt auch nicht. Dann gammt er am Computer oder hängt am Handy. Der Klasse-Chat hört man mal bis tief in die Nacht. Das ist sicher etwas, was ich steuern könnte. Aber wenn ich es ihm verbiete, dann ist er der Einzige, der nicht dabei ist. Und ich will nicht, dass er darum ausgeschossen wird. Habt ihr schon mal mit anderen Eltern darüber geredet? Das könnte ich wirklich machen. Wir könnten sonst auch mal am nächsten Elternobend aufgreifen und ansprechen. Ich werde aber jetzt schauen, dass ich sicher eine Stunde am Tag Zeit habe, mit Mirko zu lernen. Ich weiss gar nicht so recht, ob ich das wirklich gut finden soll. Das verstehen Sie mich nicht falsch. Aber nutzen Sie doch Ihre Freizeit lieber für gemeinsame Erlebnisse mit Mirko. Es nützt niemandem, wenn sie zu Hause durch nur Stress und Streit hält. Zu lernen können Sie ruhig mehr überlassen. Finden Sie. Vielleicht haben Sie ja schon recht. Jetzt sollte ich aber noch zum Schluss das Ansehen. Ja, bitte. Und dann geben Sie den Schülern in der nächsten Zeit zu viel Hausaufgaben. Viel Hausaufgaben? Und dann müssen Sie immer in Gruppenarbeiten machen. In Gruppenarbeiten? Die letzte Woche ist Mirko bis fast um halb zehn Uhr wegen dieser Gruppenarbeit weg gewesen. So, so. Interessant. Ist das üblich in der sechsten Klasse? Ist das möglicherweise wegen dem neuen Lehrplan? Ich finde das schon verrückt. Nein, das ist nicht wegen dem neuen Lehrplan. Aber ich gehe dir das auch gerne mal nach. Ja, da wäre ich froh. Gut. Dann danke ich Ihnen herzlich für das offene Gespräch. Danke. Gleichfalls. Ade, Herr Fischbacher. Ich habe einen schönen Oberklausel. Vielen Hausaufgaben. In Gruppenarbeiten. Da ist doch wirklich wieder etwas los im Busch. Danke. 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 Aber meine Rolle ist immer noch gleich doof. Ich bin einfach nicht. Du musst das immer im Zusammenhang sehen. Du bist nicht der Einzige auf der Bühne. Das ist eine Rolle, du spielst nicht selber. Dich selber, das hast du ja schlussend den ganzen Tag sein. Kommt mal alle zusammen. Wir schauen mal den heiligsten Teil des ganzen Stocks an. Das sind die Massenszenen, wenn alle auf der Bühne sind. Es ist wichtig, dass ich ihn einfach noch rumstelle. Aber wenn man keinen Text hat, muss man mitspielen, mitgehen. Ihr links hier sind Zauger. Stellen euch mal auf. Gut, und jetzt schaut mal finster rein. Nein, nicht so. Schaut euch mal ein bisschen unsicher rein. Er wünscht jetzt noch nie, was ihr von euch so ankommt. Schaut euch nicht rein. Hallo, wir sind am Proben. Äh, ihr anderen hier in Zürich. Erst mit den Menschen im Gespräch. Nein, ich schaue nicht. Nein, ich schaue nicht. Nein, ich schaue nicht. Nein, ich schaue nicht, wenn wir in einer Spelhaus reden würden. Gut, machen wir bitte. Jetzt müssen wir die beiden herführen in der Mitte halb. Was macht ihr auf unserem Gebiet? Ihr seid doch die, die provozieren. Lasst ab von ihrem Vorhaben. Die Befehle lauten anders. Stopp, stopp, stopp. Ihr anderen wollen jetzt eben auch mitspielen. So wie wir das gerade vorhin übersprochen haben. Nicht einfach nur dastehen und zuhören. Halt, was soll jetzt das? Jetzt kommt der Song. Nein, jetzt müssen wir die Schlüssenszene haben. Also nun, was macht ihr auf unserem Gebiet? Nein, ich, 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 sage doch die, die. Jetzt weiss ich nicht mehr. Du hast doch die Rollo unbedingt wollen. Lasst ab von eurem Vorhaben! Halt, so geht das alles nicht. Einen durcheinander. Ich habe sie schon einmal. Jetzt reiss neu zusammen. Wir sind noch nie dran und haben nur noch zwei Wochen Zeit. Schaut man das überhaupt noch? Oder sind wir schon gescheitert? Ich kann das sein, was ist passiert Alle sind ernüchtert Es gab nichts, was ich verstehe Sind wir jetzt schon gescheitert? Der eine sagt, es wird hart Und keine Lust im Zorn Der andere sagt, es wird hart Und niemand weiß es tun Dieser Möller kommt da Und alle geredet die Wurken als sie Ich kann das sie, was ist passiert Alle sind ernüchtert Es gab nichts, als ich verstehe Sind wir jetzt schon gescheitert So geht das hier und er jetzt Und doch kein Schritt voran Was wird denn eine Stunde? Wir sind noch nie da Die leben schon großartig Wir sind noch nicht Wir sind noch nie da So geht das hier Wir sind noch nicht Und wir sind noch nicht Wir sind noch nicht Wir sind noch nicht Ich kann das sie, was ist passiert Alle sind ernüchtert Wir sind noch nicht Ich glaube nicht Und ich glaube nicht Ich kann das sie, was ist passiert Wir sind noch nicht Wir sind noch nicht Wir sind noch nicht Wir sind noch nicht Nichts klappt, es läuft überhaupt nicht. Mirko kann den Text immer noch nicht auswendig. Loris passt nie auf, aber ich weiss es immer, weshalb. Haha, und du weisst gerne nichts. Und Irina spielt so genau nach dem Falschen vom Keyboard. Ich habe sie im Fassett, ich mache nicht mehr mit. Ja, weil ich eigentlich nie auf die Küche pfeifen könnte. Sollst du gerade du, du Huhn? Was solltet ihr die Kühe? Ich habe eine Schnauze in Polen. So schade, alle arbeiten umsonst. Mir egal, ich habe es. Ich auch. Lass einfach davon, wenn es dir schwierig wird. Du bist ein Riesenheld. Lass mich los, die Hände von mir. Ich habe gerne nichts gemacht, du Depp. Ich habe gesagt, lass mich los. Hey, halt! Das kann doch nicht sein. Das darf doch nicht sein. Wir haben ein gemeinsames grosses Ziel. Und wir sind so noch dran. Warum jetzt alles in den Dreck schmeissen? Es fehlt nur noch so wenig. Es wird einfach, dass jetzt am Schluss jemand die Fäder in der Hand hat und klar führt. Über dem alle mich zuhören und dem auch folgen. Das haben wir ja jetzt schon gesehen. Das schafft niemand von uns. Wir brauchen Hilfe. Aber wer? Der Botman. Der Hauswart. Nein. Es gibt nur jemanden, der uns dabei helfen kann. Der Fisch. Wir brauchen Hilfe. 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 Alle sind betroffen, dann lösen wir jetzt das. Und wir sind einander an Fragen gegangen und noch mehr. Wir haben nichts Schlimmes beschimpft und das tut richtig weh. Warum haben wir voreinander plötzlich wirklich keinen Rest mehr? Ist das der Preis für unsere coole Idee? Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Wir haben es versucht, eine solche fremde Hilfe. Wir tun in Revisieren. Wir stehen ganz schön im Schild. Wir müssen gestohen. Es ist für unsere Niederlande. Wir haben es geschafft. Und darum ist heute der schwarze Tag. Wir brauchen Hilfe. 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 Ja? Äh, Herr Fischbacher? Ja, Mirko? Was ist noch? Hätten Sie einen Moment Zeit? Ja, klar. Willst du über deine letzte Präffung reden? Nein, es ist etwas anderes. Dürfen die anderen auch reinkommen? Ja, bitte. Jetzt bin ich ja gespannt. Komm, komm! Wow, es geht dir ganz krass? Ja, es ist etwas, was alle schliesslich durchbetrieben. Sie erinnern sich vielleicht noch an das Gespräch nach dem Museumsbesuch? Ja, kann mich besinnen. Ihr habt doch dort eine Idee, einen Geschichtsunterricht für alles Ohrenspiel darzustellen. Sie haben uns aber nicht zutraut. Wir wollten es ihnen beweisen. Sie hatten aber recht. Sie haben gewonnen. Hey, was heisst das? Ich komme nicht draus. Wir haben selbst ein Musical vorbereitet. Es geht um die Kappler Milchsuppe. Wir sind ganz nah dran. Aber wir bringen es am Schluss nicht allein auf die Reihe. Wir sind uneinig und es hat sogar Streit gegeben. Dann haben wir Zeit gedacht. Öffene Zeit. Jetzt fangen wir einiges besser zu verstehen. Schauen Sie. Hier ist das Drehbuch. Wo? So… Ich staune. Es sieht ja richtig gut aus. Das haben Sie alle selber geschrieben? Alles haben sie Xenia, Hanna, Tarla und Selma geschrieben. Aber sie sind alle beteiligt, beim Spielen, der Kulissen, der Musik und der Technik. Vielleicht weiss denn schon alles davon? Nur der Hauswart, er hat es zum Ürde jeweils im Kennenloch. Niemals die Eltern sind zu sein geweiht. So, so, der Hauswart also. Das ist Schlitzohr. Und Zeit mit. Machen Sie also mit. Es bleiben ja nur noch wenige Tage. Also, ich erwarte alle Morgen am 5 Uhr noch der Stuhl da. Aber komplett, heisst es ja? Ich habe mir nicht Nein gesagt, oder? Yeah, wow! Aber jetzt sagen wir zu Hause immer Bescheid, wo ihr seid. Ja! Die dunkle Wolken sind noch g'si. Die Regennacht, je, isch vorbei. Schaut, wie die Sonne die Welt am alt. Und alles Neues strahlt. Du und ich, wir gehen uns die Hand. Uns verbindet jetzt ins Band. Stritt für mich und alles gut. Wie wohl uns das doch tut. Wir sind dankbar und wir sind auch froh. In unserem Land. Wir sind dankbar und wir sind froh. Wir sind dankbar und wir sind dankbar und wir sind dankbar. Friede machte ich kein Schand, du und ich, wir gehen bis Land. Tritt mir Herr, wir werden stuh' und rufen an uns du. Über unsere Schatten, Hemmelschaft, zämechst du, das gibt uns kweils am Kraft. Musik Achtung, jetzt kommt euer Einsatz, sind er parat? Schütze, Leute, bald habe ich es geschafft. Psst, nicht so laut, man hört aus dem Saal aus. Wir werden ihnen eine Lektion erteilen. Sie hatten recht den Weg bringen. Die Hinterwälder sollen ja nicht weinen. Aufgelassen, auf zum Kampf. Halt, wohin ist Wix? Ich kann das Grosses sehen, es ist auch los, es ist in der zweiten Reihe. Alle Lehrer sind im Falle auch da. Uff, ist das heiss. Das Schweiss läuft mir nur noch so runter. Aber es läuft super. Es hätte mir niemand gemerkt, weil ich mich verschwätzt habe. Los, jetzt im Meer dran. Nein, so weit soll es nicht kommen. Wir dürfen der Bruderblut vergießen. Lasst uns verhandeln. Die Leute sind müde und hungrig. Niemand soll heute ein Haar getrönt werden. Lasst uns in Frieden zusammensitzen. Ich treffe mich auf dem Posten. Ball von Splatgat am Schluss. Achtung und aus. Los, alle aus der Bühne, zum Verneigen. Schnell, alle noch mal los in der Bühne, zum Verneigen. Ja! Super! 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 Es wäre toll, wenn ihr heute gespielt habt. Gratulieren! Ihr dürft stolz auf euch sein. Ich muss meine Meinung über euch revidieren. Ihr könnt auch anders. Das habt ihr jetzt klar beweisen. Marcel, hast du das wieder standgebracht? Mit dieser Klasse? Und alles so klammheimlich. Man hat so gar nicht mitbekommen. Tja, manchmal braucht man einfach ein bisschen Geduld und muss den Moment aushalten können. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Bei gewissen Sachen ist es so im Leben. Entweder man gewöhnt zusammen oder man verliert zusammen. Dank Ihnen haben wir den Rank am Schluss doch noch gefunden. Gehören Sie, das ist jetzt fast ein bisschen wie bei der echten Kaplermilchsuppe. Ja, diese Lektion haben wir begriffen und die Prüfung bestanden. Wir sind schon froh. Wir sind schon froh. �ers ensemble und die Prüfung bestanden nicht. Wir werden dann stabil um die Prüfung zu contemporäne dit. Wir lässt doch die Prüfung bestanden, gehen allein zurück und die Prüfung beim Meer. Wir sind ein bisschen beliebt und die Prüfung bestanden. Aber unsere Prüfung den Teil wird nicht wahr sein. Wir werden dann sagen können, wenn wir das Labor bet начала brennen. igi, das ist eine schöne passe. Jetzt kommen viele miteinander Jägen wir einfach alle in der Hand Das Risiko, das jetzt nicht lohnt Und wir sind alle in Richtung und Wissen jetzt und uns, wir haben das Boot Denn es ist ein Boot Die Lektion erklärt jetzt Wir wissen jetzt Bescheid Die Lektion ist begrippen Und wir sind alle in Heid Die Lektion erklärt jetzt Wir wissen jetzt Bescheid Die Lektion ist begrippen Und wir sind alle in Heid Die Lektion erklärt jetzt Wir wissen jetzt Bescheid Die Lektion ist begrippen Und wir sind alle in Heid Die Lektion erklärt jetzt Wir wissen jetzt Bescheid Die Lektion ist begrippen Und wir sind alle in Heid Die Lektion ist begrippen Die Lektion ist begrippen Vielen Dank. Applaus 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 Applaus